Was geht ab? Warte, wir zog wieder ein bisschen zählen, mit ein paar geilen Gälen und zwar mit deinem Balloui, Conrad, Maru, Baxi, die ins Feld einig sind lang. Hallo! Der Baxi. Der Axi. Der Baxi. Ey, was ist das hier? Häusern. Wir können uns hier ein Haus ausrufen, hab ich gehört. Also eins mit dem Pool? Dalu, was? Was war das? Endlich sterbt, meine ich. Ist das nix? Entweder ist es Items oder Dalu. Dalu, to den Items mal. Dalu, wirklich? Pass auf, er ist tot. Einer von Weiseln. Filted Items oder Dalu? Ich glaube, Dalu ist schon tot. Warte. Ich kriege Schaden, ich kriege Schaden. Du bist außerhalb der Reiche geflogen, glaub ich. Ne, ich glaub, das ganze Haus sieht ziemlich vernebelt aus. Ich glaub, da drin wurde irgendwas aktiviert, was das Haus ersticken lässt. Ja, oder ist es so hart gebläht? Trosten Schaf Nils? Ja. Oh mein Gott. Du hast aber Glück gehabt. Ja. Hat's mich in die Heim? Ne, ich hab nicht mehr gehört bekommen. Und wo kam die Kecke jetzt? Er hat da keine gehabt mehr. Kecke. Kecke, keke, keke. Heiß ich was finden sollte? Ja. Richtig Kecke. Also ich hab das Gefühl, Baluie ist außerhalb der Mecke geflogen und ist gestorben, weil draußen irgendwann mal explodiert, nachdem er gestorben ist. Kann natürlich auch gut sein, dass er auch dem Mal nicht mit dem Schaden vertreibt. Das ist die Nähe von Tudi extrodiert. Das ist die Nähe von Tudi extrodiert. Pain? Ja. Also gut oder böse? Ich bin natürlich böse. Oh really? Da kann man jetzt drüber diskutieren. Weil sind die Traitor gut oder sind die Innust gut? Theoretisch sind die Bösen, die Innust. Kommt ab an. Die Traitor sind die Guten, weil die Terroristen... Vielleicht kann man darüber nicht so viel diskutieren. Pain ist immer böse. Ja, nirgendwo. Wahrscheinlich ein Chakar. Eigentlich immer. Woran ist Balu denn gestorben? Wir haben Unwissenheit. Nee, er ist untergefallen irgendwo. Er hat gesagt, er kommt Schaden. Er hat ja kontinuierlich Schaden bekommen. Hier ist irgendwie ein schwarzes... Hier ist so ein Brandloch. Nee, er hat ihm zerschossen. Nee, wobei... Ein Brandloch? Nee, er ist ja explodiert. Er ist explodiert, nachdem er gestorben ist. Er hat hier eine Mertur getroppt. So, ja. Seid ihr immer am Tag? Oh Gott, oh Gott. Ich kann fliegen. Ach, das war gar nicht so. Ich dachte, Balu wäre Waxi gewesen, weil er rumgeflutzt ist und er mitgeflogen ist. Das ist auf jeden Fall das Zimmer von Items. Er hat es schon eingeweiht. Ah, der hingepinkelt oder? Nee, alles war doch los. Und seine Leiche. Ach so. Ist der gerade ein Zivier-Explosion? Das ist gerade eine Bombe explosion. Genau auf der anderen Seite, wo ich war gerade zu liegen. In dem Hoffnung Dalu hängen. Ist das deine Bombe? Nein. Er hat Dalu erschossen. Aber daran ist auch gerade jemand gestorben. Also den Todes-Sound habe ich gehört. Ähm, Maxi, lebst du noch? Maxi, lebst du noch? Komm dran, lebst du noch? Ja. Äh, Julie lebst du noch? Immer wenn Pain komische doofe Fragen anfängt, ne? Dann ist er ja. Aber das Gleiche ist auch weg. Ja, ich habe ja gemerkt, dass das eine doofe Frage ist. Nee, der ging so woanders. Sag mal, Julie, eine Frage. Was hast du da? Ich bin nichts. Ich bin mein Dekker. Das beantwortet nicht mal die Frage. Wieso? Wieso? Ach so. Hätte ich gar nicht antworten dürfen. Ah, okay. Was macht sie da? Oh, Mist, bei Luis schon tot, ne? Oh. Ja. Ja. Ich werde angeschossen. Das ist nicht. Ah, doch. Was macht sie da? Perfekt. Der Nils noch. Der Nils noch. Und irgendwas von B gesagt vorhin? Oh, nee, Pain ist wiederbelebt worden. Ich habe zehnmal irgendwelche Referenzen auf B gemacht und der hat einfach nicht reagiert. Um so wie ich denn zum Beispiel. Da ist Nils wahrscheinlich explodiert an der Bombe. Nein, der war die ganze Zeit am Leben. Und gerade das explodiert an der Bombe. Ah, Louis, Balloui, Balloui. Ich fühle dich auch schon bei Louis, wo bist du denn? Ah, schade. Ich finde das schade, dass man beim Wiederbeleben kein zweites Sidekick-Deagle bekommt, wenn man die erste nicht abgeschossen hat. Ist echt schade. Ja. Übrigens, ah, ja, ja. Hallo? Ja, 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 ja. Wo bist du denn? Ich wollte erst sagen, klick mal zu dir selbst. Oh, schade. Dann hätten die Tees gewohnt, das hätte ich auch nicht. Juli ist an der Bombe gestorben. Ja. Langsam kann ich dir nicht mehr vertrauen. Also was war das denn? Habe ich ne Trainerfalle aktiviert, dass dadurch das Haus voll Nebel war? Ja, du wirst ne Trainer, also das wird ne Teamfalle gewesen sein. Dann immer gesagt, ja, hier war das da eine Bombe. Die Bombe war von mir? Ja, das müssen wir nochmal üben. Eben. 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 Dunkel. Oh, Mann. Dunkel war's. Der Bombe schien helle. Als ein blitzschnelle Langsatz. Maloui, eine Plasma an die Backe. Wurst. Als Thomas. Maloui. Early Game, Thomas. Da hinten in der Ballatsch. Aus der modernen Villa wollte ich grad sagen. Ich bin grad drin. Hier sind alle gleich drin. Genau, Dalu, in dem Haus war's. Ich hab noch keinen rauslaufen sehen. Hinten ist ne Fensterscheibe offen. Hier ist Nils drin. Hier? Nils sagte ja auch, na kam Thomas. Weil die Tür hinten und das Fenster hinten ist offen. Aber kommt man hinten weg? Also das Ding kam zumindest aus dem Haus. Ja gut, hätte ja auch... Hier kommst du nicht weg. Ich glaub, es gibt in die andere Richtung keinen Weg. Ich will den nicht töten. Ich hab nur Hanno besorgt. Also nicht mal Hanno besorgt. Also nicht mal Hanno besorgt. Ihr wurden Kristall zerstört jetzt grade. Ja, mein Kristall. Maloui angefangen. Maloui geht auch mit zu. 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 Ja. Was willst du? Maloui, hast du wirklich mein Kristall zerstört? Nein. Hab ich nicht. Hab ich nicht, aber ich geh weg, weil ich danke für die haben. Was? Er hatte mit einer Diegel daneben geschossen. Nein, er wurde nicht abgeschlitzt. Oh, Junge. Er hat mit der Diegel daneben geschossen, dann hab ich ihn erschossen. Von Dalu, ja das stimmt. Hui. Von Dalu, das stimmt. Er hatte mit der Sidekick Diegel verfehlt. Oh Gott. Über den Wolken. Und der ist Nils die ganze Zeit hinterher gerannt. Das war halt verdächtig. Richtig. Warum will der eigentlich immer was von dir? Ja, er hat doch gefragt. Bumsen. Oh, Nils ist es! Na, weil er auch böse ist. Er hat grad... Oh nein, er hat den. Nils hat Maxi gekillt? Nein, ich hab glaube ich aus Versehen. Alter, okay, in die Häuser muss er nicht rein. Julie? Ja, du hast... Ja, du bist du böse. Nein. Okay. Aber sie hat Baloui gekillt. Hä? Okay. Maloui hat Julie gekillt. Ja. Maloui hat Julie gekillt. Das schaue ich an. Ich auch. Okay, die gleiche Rede ist ungünstig. Ehe, die andere. Äh... Die Jagd ist eröffnet, Leute. Welche ja? Werden wir es nur gesehen, Dano, wenn wir uns weiter vertrauen, dass wir in uns sind alle anderen würden. Ich glaube, ich vertraue allen anderen und wir jagen dich. Dann bist du auch ein Böser. Ja. Nein. Na gut. In welche? Items. Deswegen bin ich weggeportet, weil ich Angst vor dir hatte. Nicht in das Haus reingehen, das wird grad gesprengt. Ja, aber du kannst völlig einfach mitgemacht. In welches? Das, wo du stehst. Äh, er ist hinter dir, Items. Oben auch. Ja, aber der ist doch lieb, oder nicht? Der bist du... Hä? Ist doch der Letzte. Ah, der Unknown gab's hier. Genau. Wer war Unknown? Da, du. Ach so, eine Frage. Entstanden auf einmal wieder Formel nach dem... Julie. Erst schießen sie mit dem Baby am Ende vorbei. Ja, wenn Formel den Eno töte, töte ich ihn nicht. Ja, das ist ja auch richtig. Man, Dano labert immer so ne Scheiße. Scheiße war das nicht. Du warst ja wieder Jakkar und hast wieder was mit dem Baby. Ja, aber wenn Formel den Eno erschießt, dann schieß ich den, Julie. Und du bist wieder Nils hinterher gerannt. Nein, das stimmt nicht mehr, weil nichts davon stimmt. Das stimmt nichts davon. Das blöde war nur wir beide waren da, das war kacke. Und danach hab ich dich beschützt. Halte Takun ran. Das Zwift ist mal so schön schnell. Der Zwift ist mega gut. Rending und kein Falschradding. Baloui hat ja keine Baloui für dich. Nein, ich will keine Baloui, keine Baloui. Wo ist er? Wo ist er? Die blöden Balouis. Äh, bei der Scheune. Boah, das ist ein schöner Garten. Wo ist Kapuze? Ich würde jetzt gerne Kapuze kommen. Ich wollte grad springen, also weil ich Hunter bin und es hat nix gemacht. Ich dachte, ich war an der Deckel. Hallo Nils. Hier wird Reis angebaut. Hallo Nils. Wie schön. Irgendwie höre ich immer dieses Metallbezug an. In der Lutschkorb ist es schon wieder. Und ist aber nicht alleine. Die Julie ist es auch. Und Julie ist es auch. Das stimmt. Rims mit Reis. 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 Was sind hier los? Alle bleiben. Sie ist irgendwie eine Leichenspur hinter der. Ja. 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 Warte. Autotacker, oder? Maru hatte grad nen Autotacker. Ja. Wo wurde? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der wird so schlimm schon gepupst. Ja, der hat immer gepupst. Ja, das ist so eine riesige grüne Wolke da die ganze Zeit. Ich mein Gott. Oh, ey. Hi Maru. Hi. Wo bist du denn? denn hier? Hä? Ach, ober auf dem Dach, oder was? Nein. Du warst mit dir im Haus, hallo. Er ist hier. Weißt du nicht, wo hier ist? Hier ist immer ganz nett. Hier ist nicht, wo da ist. Hallo, Maru. Hallo, Maxi. Hallo, Maru. Ich mach die Tür zu, es kommt mir kein bisschen raus. Nee, wenn du gesehen hast, habe ich schon einen Tee getötet. Also gesehen habe ich das noch nicht, aber ich glaub's dir einfach mal. Ja, der ist mir halt ins Messer gelaufen. Äh, in dem Wasser. Was? Warte. Moment. Ja klar. Ich als Inno habe natürlich ein Messer, um einen Tee zu töten. Ja, genau das wäre ja das mehrgutige. Ja, aber dann würde ich mal sagen, Items, Maru, McFly, zwei von euch sind's. Also Katze hat mich beschützt. Was macht das? Das glaube ich jetzt schon mal nicht. Ich bin's nicht. Deswegen sag ich das aus meiner Perspektive. Aus eurer Perspektive bin ich nicht. Aber ich wurde schon wieder vom Dach beschossen. Da ist Maru und der hat eine Nade in der Pfote. Hallo, Maru. Hallo, Maru. Hast du eine Plasma? Ja. Los, los, Maru. Nein, nein, nein. Sorry, Maxi. Nein, 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 nein. Maru, ich hätte dich erschießen können. Das ist klar, oder? Okay, ja, ja, alles gut. Auf dem Dach sind nicht. Aber da wird weiter geschockt. Ja, ich schieße immer die Blätter. Wer hat das Zeug glas? Katze? Katze, bist du wieder voll? Weil ich Nebula bin und man sich im Rauch heilt. Warum machst du das nicht für mich? Ja, sag doch das. Dann komm her. Und du tötest mich auch nicht? Ich hab dich schon mal nicht getötet. Ich werd's auch jetzt nicht tun. Ja, das war vielleicht Taktik. Okay, ich hätte gern Nebel. Einmal Nebel wieder. In den Nebel rein, dann kriegst du einen. Wo bist du bei Louis? Das Problem ist, der Nebel ist sichtbar. Bedeutet, die Leute wissen, dass du hier bist und wahrscheinlich auch, dass du so wenig HP hast. Ja, aber jetzt bald der nicht mehr. Ja, aber ich weiß nicht, ob dich das komplett voller hat. Louis, man hält sich wirklich. Maru ist auf dem Weg hierher. Ne, tut's nicht. Doch, man halte sich. Warte mal, wenn Katze uns zieht... Da, Flugangriff. Ist gleich. Hast du gerade eine Katze getötet, Nils? Nein, er wurde von Maru, der hier vor uns liegt, erschossen. Der auch Tee ist. Warte, warte, warte. Der nicht erschossen hat. Ja, aber wer lebt denn da noch? Maru. Der geistert hier wieder irgendwo... Warte, er hat hier ein Fenster kaputt gemacht. Komm mal zu mir. Gute Wahl an mich für das Überleben, Maru. Danke. Jetzt würde ich das hier besagen. Es gab halt keinen anderen. Julie, wieso hast du Pain nicht erschossen und bist weggerannt vom Tatort? Oh, der Pain macht Traitor-Sachen. Ich lauf lieber schnell weg. Nee, ich wollte mal ein Mirror anmachen und wiederkommen. Das Blöde war, ich hatte PHD und Red Bull. Scheiße. Ähm, Blue Bull. Alter. Tut mir leid. Was war das denn jetzt? Ähm, und ich bin im Wasser gelandet. Ich glaub, da war Wasser. Jetzt müssen wir auch alle anderen Marken nennen. Alle nochmal wieder auf Anfang. Neu, voll. Neu, voll. Neu auf, ey. Wir müssen jetzt alle anderen Marken auch nennen. Du hattest Blue Bull und Runtime, ja. Ja, alles. Neu. Wie ist dein Code da, Lu? Äh, in der Videobeschreibung findet ihr den. Äh. Äh. Nochmal. Und los. Könnt ihr bitte auf von Runtime zu sagen? Wir pennen aber nur die Runtime von dem Video. Das ist schon nicht lustig. Ein solcher Degelschuss in dem Haus. Wenn da jetzt kein Atom, da ist ein Blutfleck. Und wenn da jetzt keine Reiche ist, dann sind hier zwei übel Tater in dem Haus. Und da ist einfach Pain, natürlich der Lutscher. Ja, also Pain ist schon... Blue Bull, ja. Ja, war ja wieder mal gar nix. Ja, das heißt Nils ist der andere. Nee, 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 nee. Ja, Dixchen, doch. So sieht's aus. Du stirbst jetzt. Du stirbst jetzt mit. Okay. Nein, ohne Scheiß. Eines war doch hier in dem Haus, ja. Nein, ich bin gerade reingekommen. Was? Ehm. Ja. Ich kann dich heilen, Dali. Womit? Nebula. Mach an und dann geh raus. Nebula. Ich mach hier, jetzt geh weg. Ja. Crash Nebula. Mach dir da? Das hat Schmerzen. Oh, wer nimmt denn immer aus? Ich hab was von Maxi, die läuft so normal. Ich hab einfach so ran geschült mittlerweile. Irems, was solltest du jetzt in der Hand? Ein Messer? Ja. Okay. Was kann eigentlich der Sidekick? Ist der Sidekick mittlerweile wieder zu? Ja, mittlerweile ist er zu. Mach bevor du stirbst noch nicht. Nein. Nein. Das ist ja keine Pels auf dem Boden. Vorsicht. Böchchen. Keine Pels auf dem Boden? Headcrap. Ein Schildkröten. Carlo hat den schweren Unfall. Ich glaub, Maru war's. Ich glaub auch. Was? Ich bring mich um. Oh nein. Oh Gott. Nils und Maxi. Die sind nicht geschossen. Deswegen wundern ich umso mehr, dass er da drin rumgeistert. Ich glaub, er verfehlt. Ja, unter dir, Maxi, ist einer. Auch ein Beton. Unter Maxi. Wer ist denn noch am Leben? Ich weiß nicht, wer das ist. Komm mal rüber hier. Unter die sind Leute. Komm doch mal. Ach, deswegen warst du der Band hin. Ja, weil da unter die Leute waren. Und ich glaub, damit fühlt sich ja, dass relativ viele Böse noch leben. Ja, gute. Wir haben noch keinen Trader. Oh Gott. Und ein Jacko. Ach. I先生. Das war die Right. Rundschl'sy, Ulrich, Ulrich, Ulrich. diabetic기 Indianhorn Anfeigchen und Krügerige Danke, ich hab schließlich erschlossen. Alk ist mein LAUGHTER Uскимержenschutz. Ich hab nervt! Ich hab meine Angst schon raus. Hast 너무 Böse, Böse? Nein. Ja, Jezu, Böse. Weil Louis ist Böse. Und hat Maru gestochen. Oder andersrum. Ah ja, er wollte mich aufstecken. demek07 Ich habe memor beings neu geschenkt. okay ja also sowieso böse ja ja bei louis ist aber weiterhin jetzt in einem holzhaus das holz ist mehr als ein haushalt das komplett aus holz mit der steiggarage aha da war er dritte jetzt ist er da hallo nehme ich in das haus rennen da kommt raus irgendwie habe ich mich deswegen nein auf der garage neben dem haus wo du gerade stehst da ist ein traitor button damit kannst du alle dächer anzünden ist doch bestimmt böse oder ist böse ist das nur bei dem anderen ttt so ja bei dem jack to jester dann hätte ich ja niemand anders nehmen ja auf jeden fall wenn du eine runde ja ich habe mich extra versteht wir spielen nicht sucht den blauen auf dem dach hier in dem haus ist schon einer tod und irgendeiner wollte mich sprengen mit der plasma ich habe sie also in dem haus wobei items mich vorher gekillt hatte da deine taube maxi ich habe die scheibe kaputt geschossen er kommt hoch zu mir ich bin ja ja wenn ich nur tot bin knallt maxi und wahrscheinlich auch alles erst gerade auf der treppe und schockt gemacht ich bin ja du ist es auf jeden fall er läuft herum erwartet steht auf der treppe geduckt an der tür jetzt jetzt geduckt jetzt steht auf das haus ich habe ja du machst einen großen fehler ja weil du verdächtigst direkt hier gerade so weiß wer der alle mal ruf okay wer ist das schaffe ich habe ja genau der ist super will hier über will haben wir noch irgendwie anderen infos wenn sie war schon kaputt ich glaube jemand mit der taube hat mir zugeguckt ich habe jetzt auch gerade ein taube gesehen was das kann durchaus sein das war kurz kurz was aufgeblitzt bei mir ja deswegen kann ich gut verstehen aber nur noch zwei böse übrigens dann lebst noch oder dann ist schon ewig tot aber von wem glaube ich würde weil doch gelebt hier oben ich dachte dann wäre schon ewig die runde davor wirklich tot aber kann das feind befestigt kurs ist bei louis tut mir übrigens echt leicht aber du hast noch nicht geschossen weil das ein komisches geräusch gerade und ran ja ich habe jetzt erschossen ja julie und maru wo sind die beiden warum lief gerade zwischen uns rum und julie auch ja tut mir leid hast du ja julie gekillt nee aber ich darf ja reden weil ich von einem t wiederbelebt wurde und ich war mal wieder auf maxi so ich habe julie und nils echt das hat die trader falle gut angemacht ich hatte sie mal p also okay was ist das für eine falle im haus die hat eine blau ja dann defi im haus gibt so eine blaue falle ja bei mir ging es nicht wegen brain dead ja aber hast du dann die frage schon selbst war neu das ist eine blaue falle gehe nicht durch also ich hab dich gekippt mit der falle nee aber das ist so eine blaue wand die geht einfach durchs haus richtig ja ja clear the house stand da ein quälter in dem anderen haus wo nils und judy waren war auch ein twitter falle die war zu langsam ja richtig langweilig so ein kill oh das war nicht für combat gedacht ja mach ne blaue wand durchs haus voll der coole kill ich wurde geschneeballt oh fuck ich hab nils glaube ich naaa er kam auf mich zu mit einer crowbar hat er gesagt ich hab mich erschrocken und hab mich erschossen das ist gelohnt ich hatte nils sogar vorher gerufen ich hab mich erschrocken also max wurde geschneeballt nils wurde von mir das trainer erschossen der handler hat immer scheiße bei sowas es könnte ja auch sein dass nils dalu getroffen hat aber dalu aus reflex nils schon umgeschossen hat bevor irgendwas passiert ist nein ich hatte mich umgedreht und er stand mit einer crowbar genau hinter mir also er ist halt auf mich zugelaufen und dann hab ich ihn abgeschossen ja gut jackal kill macht dich ja eh nicht safe das ist ja egal hey ich bin angeschossen hä von dalu dalu hat von oben ah pain ist genau auf mich zugerannt mit einer crowbar er kann nicht auf mich zu wird er besser warum hast du dich eigentlich eben verraten dalu was denn womit du hast gesagt ich hab ihn als traitor getötet hä hat er ja hat er doch ich hab das traitor wort nie benutzt ich hab ihn als traitor getötet hast du gesagt ich hab ihn noch mal schauen ich hab ihn noch mal schauen aber dürfte ihn nicht gesagt haben also wenn meint die es anders also wenn das jetzt eher traitor war in der art okay ja okay pöser traitor balui das haus ist voll mit boomerangs da hat er abgestochen und ich hab ihn noch den bulldozer angemacht Was hast du, Nils? Dass du gesagt hast, dass du mich als Traitor erschossen hast. Weil das hast du gesagt. Ich dachte, du warst. Dann wird es so gesagt, dass ich meinte, du bist Traitor. Es gibt ja, die Aussage macht ja nicht mal im Affekt Sinn. Also nicht mal, wenn ich es unabsichtlich... Ich dachte, du hättest versucht, dich daraus zu reden oder so. Das war ja komisch versprochen. Ja, aber versprochen ist ja, das würde ich bei einem Satz sehen, den du auch sonst irgendwann mal benutzt, aber den Satz benutzt du nicht. Leute, wenn ihr euch das Röntchen geweiht, lasst gerne ein Like, schreibt einfach mal, macht's gut, ciao. Ciao.